Hallo und herzlich Willkommen zu GTA-100LP. Ja, das ist ein kleines Infovideo und neben mir ist... Luke-100LP. Hallöchen! Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir sind... Nein, wir sind hier in Grunau, ja. Und ja, das ist ein kleines Infovideo und zwar zu Minecraft. Also Minecraft, ja, also wir müssen ein bisschen gedulden, ne. Denn, ja, denn ich muss das ja noch runterladen. Mann, sind das schöne Blumen hier, ey. Guck doch an, ey. Sind die lecker? Halt mal drauf, ey. Sonst ist das nicht geile Blumen? Warte mal, riechen die? Äh... Wollen wir kurz gucken, mal wie die da drin aussehen. Ist doch geil, oder? Ja, so... Ja, ich werde dann so ein kleines Video von GTA 3 aufnehmen. Ja, also... Ich hoffe, es wird euch ein kleines Video von GTA 3 gefallen, ne. Ja, wir werden mit ein... Ja, ich werde es euch schon mal sagen... Schon mit einem Leben, ey. Ja. Wir werden es, äh, sagen... Also... Boah, sagen... Kaputt machen. Wie, du machst Autos kaputt? Ja. Warum machst du das eigentlich? Ja, um mehr... Money zu verdienen in GTA 3, ne. Ja. Ja. Ja, ein bisschen hier was zeigen, ne. Ja, ey, wir können mal hier kurz in Gegend hier zeigen. Äh, zeig mal wo der Rock'n Pop Museum ist. Ja, Rock'n Pop Museum ist hier. Wir machen jetzt mal hier, äh, ein bisschen Werbung. Ja. Und... Ja. Äh, äh, willst du doch was sagen, oder? Ähm... Und dann war's halt. Ja, das war's erstmal. Das, äh, Info-Video gefallen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch's gefallen hat. Oder drückt einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Ja, ihr könnt ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Ja, und dann... Willst du noch was sagen? Ich möchte gerne nichts mehr sagen. Ja, dann beende ich auch mal die Aufnahme. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche Samstag beim letzten Folge von GTA 5. Und bis dann. Ciao. Ah, ne?